Hallihallo! Ich heiße euch willkommen hier beim Hektik Simulator 2017. Wir drehen völlig doofig, wie ihr anhand dieses wunderschönen Reifens sehen könnt. Das ist eine Titanium-Armor-legierte Spezialfederung, die auch eine Million Sprünge in einer Sekunde schaffen kann, ohne dabei kaputt zu gehen. Ja, und mit dieser Spezialfederung fahren wir jetzt mal da zum großen Maul und gucken mal, ob wir das ganze Gebiet da mal freigeräumt kriegen, ob wir da überhaupt reinkommen. Ein starkes Tor, das soll uns aber nicht aufhalten. Hallo, Leute! Na? Ey! Geht's noch? Geht's denn noch? Da kommen die wirklich an mit diesen Kanonen hier, oder was? Na, dann wollen wir die noch mal wegrollen, was? Das kann ich auch. Nur ich, um keine Waffe, um euch klein zu machen. Nehmt eine einfache läppische Kapule und macht euch klein. So, waren das alle? Hallo, ihr zwei. Wie geht es euch? Huh? So eine Explosion, das sah ja jetzt aus hier, als wenn, ne? Sonst irgendwas da draufgegangen wäre. Ach du, auch noch! Ja, gehen wir hin. Keine Sorge. Ach, Menno. Willst du jetzt richtig schön gegen die Mauer drücken. So. Wie kriege ich denn jetzt das Tor hier auf? Wie kriege ich denn das Tor jetzt auf? Das Tor jetzt auf. Hm? Hm? Ein Riegelsystem. Habe ich überhaupt auch irgendeine Aufgabe an sich? Nö. Habe ich jetzt das Gebiet freigeschaltet, aber ich habe jetzt so in dem Sinne gar keine Aufgabe. Ähm, komme ich hier irgendwo hoch? Nö. Sieht jetzt gerade nicht so aus. Komme ich hier irgendwie hoch? Wollen wir doch mal gucken. Achso. Er hat mit Chamburgit gesprochen. Ja, nö. Irgendwie komme ich doch auch... Ey, komme ich doch auch nirgendwo hoch? Ja, jetzt wäre meine Frage, wie kommen wir hier durch? Beziehungsweise... Was muss ich denn eventuell noch erledigen? Oder muss ich jetzt mit... Oder muss ich mit Gutgasch vorher einmal sprechen? Dass der mir da weiterhilft. Hallo? Oh, Alter. Lass mich hier raus. Kanonen sind weggeräumt. Ich kann hier auch mit der Harpune nichts weiter anrichten. Da habe ich irgendwo was übersehen. Nö. Langschießen kann ich hier nirgendwo. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass ich die... Sachen hier zum Einsturz bringen muss. Aber auch frontal drauf zu hämmern, bringt meiner Meinung nach nichts. Bringt auch nichts. Also gut. Ja. Ähm. Dann schaffen wir in der Folge hier mal gar nichts. Dann fahren wir jetzt zu Gutgasch zurück. Beziehungsweise erstmal fahren wir zu Jeet. Ich will mal wissen, ob der noch irgendwas zu sagen hat. Ob wir jetzt mal irgendwie die Aufgabe kriegen, hier hinzufahren. Und zu sagen... Hier. Lass uns durch. Oder... Wie genau wir weiterkommen. Weil Aufgabe an sich... Missionen haben wir momentan nicht. Was ich sehr interessant finde. Weil eigentlich... müsste unsere nächste Aufgabe sein, zu Pinky Gate zu fahren. Um dort alles abzuschließen. Damit wir ja weiter Richtung Gastown kommen. Um... Dem ollen Heini da aufs Maul zu hauen. Wenn wir jetzt aber erstmal nicht durchs Tor kommen. Dann weiß ich auch nicht weiter. In der Folge suchen wir jetzt erstmal die... Möglichkeit... Wie wir... Wie wir... Durch... Das große Tor kommen. Deswegen fahre ich jetzt mal zu... Genau. Zu Jeet. Wollte auch gerade gucken, dass wir auch ja richtig fahren. Und nicht irgendwie... Was weiß ich wollen. Wenn Jeet uns sagt... Ja, hallo... Sie dürfen jetzt da durch. Und bitte machen Sie noch das und jenes vorweg. Dann ist es gut. Und wenn er nichts sagt, müssen wir halt zu Lukasch fahren. Und da versuchen... Irgendwie was hinzubekommen. Sollte das auch nicht klappen. Dann stehe ich jetzt natürlich erstmal da und denke mir so... Äh... Okay, und nun? Weil dann wüsste ich auch erstmal nicht weiter... Wie wir... Dort vorram... Vorram... Genau. Wie wir dort vorrammen könnten. Nein, vorankommen könnten. Aber irgendwas hat der. Der hat irgendeine Aufgabe für uns. Ah, ist... Kein Gefühl. Kein Gefühl. Ich höre, dass es möglich ist, dass er das mit dem Knochen zerbrechen kann. Oh, das klingt wie guttisch, John. Aber es ist möglich. Mit einem... ...pintsch... ...de schwarzen Magik. Was wissen Sie? Ha! Oh, du hast Bälle den Größen von Bochum. Und du hast uns etwas gut gemacht. Granted. Also, hör mich. Du musst deinen Harpoon verabschieden, um zu den ersten Garten zu kommen. Easy. Aber dein größer Problem ist die Händen. Das ist das, warum es alles für ein bisschen die Magik schwarzen kann. Explosives. Oh, ja. Mit Talon baut dir einen Explosive-Jag-Tip. Du hast die Händen direkt auf. Boom. Lass uns das machen. Leichter finde ich. Okay. Bauen wir mal die Grundversion des Donnerstechers an. Und, was haben wir hier? Verregelt die Dachleiterzeit um 25%. Ja, nehmen wir auch. Und hier? Verhöhlt den Schaden des Donnerstechers um 25%. Nehmen wir auch. Oh. Oh. Die Verbesserung ist gesperrt. Du musst die Bedrohungsvoraussetzungen erfüllen, um sie freizuschalten. Okay. Verlasse Jeets Festung. Also schocken wir doch mal noch ein bisschen was in dieser Folge, wa? Der Donnerstechers die stärkste Waffe, die Jumps Arsenal. Die kann genutzt werden, um Feindlichbauwerke, um Fahrzeuge zu vernichten. Oh, da haben wir aber auch nur 50 Stück. Huch, das ist ein Raketenwerfer. Naja, ist das so eine Art Raketenwerfer, ne? Ist ja ein geiles Teil. So, und damit können wir jetzt nämlich den Kram auseinandernehmen. Ob ich damit unbedingt, ähm, ehrlicherweise andere Fahrzeuge angreifen muss, bezweifle ich. Hey, Auto kaputt machen. Weil ich befürchte, das Treffen damit auf bewegliche Ziele könnte verdammt schwer sein. Vor allem, da ich ja immer so ein Trefflegastheniker bin, was Raketen angeht, auf bewegliche Ziele. Oder sei es denn andere langsame Geschosse auf bewegliche Ziele, egal bei welchem Spiel. Da bin ich ein extremer Legastheniker, das konnten sie mir damals in der Schule auch nicht beibringen. Äh, das haben sie lange, lange versucht. Deswegen steht die Schule leider auch nicht, weil, ähm, selbst die habe ich nicht getroffen mit einem Raketenwerfer. Und, naja. Deswegen werde ich wahrscheinlich bei so Kolonnen und sonstigen Sachen, äh, schön beim Haken bleiben. Genau, äh, bei Pinky A oder in der Region von Pinky A können wir das Fahrzeug noch weiter verbessern. Was auch dazu führen wird, dass wir die Kolonnen und sonstige Sachen besser auseinandernehmen können. Äh, wobei sich das wieder erübrigt, weil auch die Kolonnen wesentlich stärker werden. Er lebt ja schon wieder. Er lebt ja auch schon wieder. Ach, Mann. Ich habe euch gerade so schön alles auseinandergeräumt. Jetzt hat man euch hier wieder hingeworben. Aua. Die sind gar nicht so blöd, die Deile. Die schließen nämlich, die berechnen nämlich vor. Bis wo ich hinfahre und komme... Ach, du Scheiße. Was ist denn hier los? Wo kommt ihr denn alle her? Äh, nein. Ja. Ja. Tschüss, mein Freund. Schießt hier jemand mit dem Snipergewehr? Hallo, Leute. Aua, 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 aua. Da schießt wirklich jemand mit dem Snipergewehr auf mich. Seid ihr denn alle irre? Aua? Alter, ja, ist ja gut. Hallo. Ihr könnt mich doch gar nicht mehr sehen. Ich bin doch viel zu weit weg. So, jetzt aber in Sicherheit hier. Ja. Hm. Hoff ich auch noch genau ins Auto rein. So. Und du kriegst dafür jetzt richtig eins aufs Maul. Verdammte Axt. Ich hab die Sniper überhaupt gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Weil die ja beim letzten Mal, wo wir da waren, gar nicht da waren. Ah, nun kehre zur Tat der toten Leere zurück. Ah, hallo. So, Zambaget. Bring mir mal das Auto her. Zambaget, du hättest mir das Auto auch mal ruhig da reinstellen können. So, mein Freund. So, mein Freund. Noch jemand, der gerne gesnipert werden möchte. Was leuchtet da so? Unwichtig. Hier noch irgendwo ein Sniper? Hä? Gut. Dann wollen wir uns mal daran machen, Scharniere zu töten. Ja. Genau, die Scharniere töten. Wir töten Scharniere, denn sie sind Lebewesen. Äh, nein, ich wollte sie eigentlich zerstören. Aber egal. Töten geht auch. Ist vollkommen in Ordnung. So. Zack. Ach, ja, der braucht ja so lange zum Nachladen. Ah. Mensch. Zambaget. Mach kaputt. So. Das ist das Tor mit der Harpune nieder. So. Oh, das ging jetzt zu leicht. Hauptmission abgeschlossen. Schwarze Magie. Ja, schön, schön, schön. Gutgash hat eine neue Ödlandmission für dich. Äh, ja. Wisst ihr was? Wir fahren nochmal zu Gutgash zurück. Wir haben das hier nun ziemlich gut aufgeräumt. Und wenn wir dann bei Gutgash angekommen sind, ist für diese Folge auch Ende im Gelände? Autsch. Genau. Ernsthaft. Mit nem Stein. Guck mal, so macht man das. Ey, der schmeißt mit nem Stein auf mein Auto. Ich glaub's dir einfach nicht. Der schöne Lack geht doch davon kaputt. Dann muss ich wieder extra zur Lackiererei fahren. Das kostet wieder Haufenweise Schrott. Den er dann einschmelzt und aufs Auto schmieren muss. Also, nee, nee, nee. Ey, das sind doch echt schlimme Leute. Schlimme Leute. Fast genauso schlimm, wie die Leute die Steine auf die Straße schmeißen von Brücken. Das ist auch so ne Schandtat, die meiner Meinung nach mit dem Tode bestraft werden muss. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt für ne Ödland-Missionen kriegen. Äh, die Mission möchte ich dann auch gerne mit abschließen. Weil, ganz einfach, Mission ist Mission, Mission muss gemacht werden. Ich muss auch in den Spielen, äh, die ganzen Nebenmissionen machen. Also, ähm, ich spiele jetzt nebenbei noch ein bisschen Fallout 4. Weil ich das endlich mal richtig durchspielen möchte. Und da muss ich sagen, ähm... Jumping! Ich nehme wirklich jede beschissene Nebenmissionen mit, die ich kriegen kann. Und will die auch erfüllen, weil es gehört für mich einfach zum Spiel dazu, die Nebenmissionen zu machen. Deswegen möchte ich auch hier diese Ödland-Missionen machen, was da Nebenmissionen sind im Grunde. Ähm, weil ich für die ganze Zeit... Also, ich fand jetzt die letzte Mission mit der, mit der U-Bahn, die man da vor sich hergeschoben hat, die fand ich schon echt geil. Also, muss ich sagen. Fand ich richtig gut gemacht. So, mein lieber Freund, du Gash. Was genau hast du denn für eine... ...Aufgabe? ...Aufgabe? Oh, die Relic der Wettergöden. Und ich denke, ich habe es gefunden. Was ist es? Ein Idol eines Kreaturs des Ozehens. Es wird ihnen die Hoffnung, die sie brauchen. Und ihre Hoffnung wird uns durchsehen. Und ihr findet es in der Wälder, im Norden hier. Und benutze deine Lohnböcke. Und es ist seines Meeresglaubens ausfindig gemacht. Er glaubt, dass es die Borel seiner Crew steigern könnte. Es befindet sich an der Hafenwand im Norden. Eine große Menge Schrott wird dem Inventar hinzugefügt. Fahre zur Hafenwand. Hafenwand. Okay. Ja, also, wir wissen jetzt, welche Mission wir nächste Folge machen. Ich habe hier gerade irgendwas... Ach ja, ich habe ein Feuerzeug runtergeschmissen. Für diese Folge ist Schluss. Ich bedanke mich viel, aber fürs Zuschauen. Will ich auch haben. Ja, ich finde mein Schmuck wäre besser. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal zur Hafenwand begeben. Und nachschauen, was es denn für eine schöne Skulptur ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, bitte abonnieren. Däumchen wäre auch ganz nett. Ich sage bye bye. Bis zum nächsten Mal.